Wer von euch kann sich noch an das 3 Tipps in 3 Minuten Format erinnern, das ich regelmäßig auf meinem Kanal gepostet habe? Genau so soll dieses Video heute aufgebaut werden und zwar geht es um Tipps, wie ihr schnell und einfach Vintage-Aufnahmen erstellen könnt. Hi, ich bin Lukas und ihr seid bei der Fitch Gallery. Genau, im heutigen Video geht es um 3 Tipps, wie ihr schnell und einfach Vintage-Aufnahmen erstellen könnt, denn diese sind aktuell sehr gefragt oder immer wieder gefragt und deswegen ist es glaube ich interessant zu wissen, wie man diese eigentlich schnell erstellen kann. Tipp Nummer 1 ist sehr sehr einfach und zwar verwendet man einfach eine Vintage-Kamera, allerdings müsst ihr dabei nicht auf eine Super 8 Kamera zurückgreifen wie diese hier, wo ihr sehr sehr hohe Kosten habt, wenn es um die Entwicklung des Filmes geht, sondern ihr habt die Möglichkeit so alte Point-and-Shoot-Kameras zu verwenden, wie diese hier. Die sind auf Willhaben super günstig zu haben, da habt ihr echt die Möglichkeit für 5 Euro schon so eine Kamera zu kaufen und für diese Kameras gibt es immer noch alle Akkus und auch die SD-Karten. Also die Kameras sind dann wieder voll funktionsfähig und ihr könnt damit filmen, sofern die Kamera eine Filmfunktion hat. Darauf müsst ihr ein klein wenig achten. Das ist sehr sehr hilfreich, denn die Kamera ist super einfach überall eingepackt und ihr könnt damit super gute Vintage-Aufnahmen machen, denn die Kameraqualität aus dieser Kamera ist definitiv als Vintage zu bezeichnen, weil die meisten alten Point-and-Shoot-Kameras können gerade mal in 720p filmen, wenn überhaupt und deswegen sind sie sehr sehr nützlich. Ich persönlich habe diesen Trick schon vor einer Weile mal für ein Musikvideo verwendet und zwar habe ich da einfach diese Kamera auf meine Hauptkamera geschraubt und so beides mitgefilmt. Also einmal ein Video in 4K, super Qualität und einmal in der Vintage-Qualität mit dieser kleinen Kamera. So konnte ich dann immer schön hin und her schneiden und hatte die freie Auswahl, welche Aufnahme ich verwenden möchte. Tipp Nummer 2 ist für alle, die gerne ihre Hauptkamera dazu verwenden würden, auch Vintage-Aufnahmen zu filmen. Mit dieser Sony A7S III habt ihr nicht die Möglichkeit in schlechter Bildqualität zu filmen. Ihr könnt zwischen HD und 4K auswählen, aber ihr könnt nicht weiter herunter gehen und deswegen braucht ihr irgendeine andere Lösung, um eben das Bild etwas mehr in Richtung Vintage zu bringen. Dafür verwende ich aktuell auch für meine YouTube-Videos einen sogenannten Mistfilter. Der, den ich gerade verwende, hat eine Stärke von einem Achtel. Ich werde nun einen Mistfilter mit der Stärke 1,5 verwenden und ihr werdet sofort sehen, wie sich das Bild verändert. Außerdem gebe ich euch gleich noch ein paar andere Tipps, die für solche Aufnahmen wichtig sind. So sieht das Bild übrigens ohne Mistfilter aus und das hier ist ein Mistfilter in der Stärke 1,5. Ihr seht, das Bild wird ein großes Stück weicher, denn dieser Mistfilter bricht euch das Licht und lässt um diese harten Lichtquellen einen Glow entstehen, der ähnlich einer Vintage-Kamera ist. Außerdem habt ihr noch zwei Einstellungen, die ihr an der Kamera selbst verstellen könnt, um das Bild noch eher in Richtung Vintage zu bringen. Und zwar ist das einmal die Blende, denn ich filme hier aktuell mit einer Blende f2.2 und das ist sehr, sehr unlogisch, denn eine solche alte Filmkamera hat meist keine so niedrige Blende, sondern eine große Blende wie f9. Deswegen stelle ich jetzt die Blende einmal um und ihr könnt auch mit der ISO noch etwas in die Höhe gehen, denn auf so einer alten Filmkamera habt ihr auch unsaubere Flecken und diese könnt ihr hinbekommen, wenn ihr mit der ISO sehr, sehr hoch geht. Also ich stelle das Ganze mal ein und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So sieht das Ganze nun aus. Ich verwende die Kamera jetzt in einer Blende f9 und mit einer ISO von 1600. Und ihr seht, das Bild ist sehr, sehr viel weicher und unsauberer geworden und genau das wollten wir ja erzeugen. So könnt ihr ganz einfach eure Kamera auf diesen Vintage-Look umrüsten und ihr habt natürlich im Schneidprogramm noch die Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3 und zwar sind das sogenannte Overlays. Ihr habt die Möglichkeit, in eurem Schneidprogramm, wie vorhin schon erwähnt, verschiedene Arten von Effekten zu verwenden, um euer Bild als Vintage durchgehen zu lassen. Dafür gibt es jede Menge Overlays, die ich jetzt hier so nach der Reihe mal ein bisschen einblende, aber auch hier habt ihr eine wichtige Regel und zwar filmt nicht, wenn möglich, in 4K, 24 Frames mit einem niedrigen F-Stop. Denn auch wenn ihr ein Overlay über euer Video legt, sieht es doch noch ein wenig besser aus, wenn ihr auch hier beachtet, dass eine Vintage-Kamera wie diese nicht in einem so niedrigen F-Stop filmen kann. Also verwendet auch hier eine etwas höhere Blende, so wie eine Blende f9 und ihr könnt auch mit der ISO noch ein klein wenig hochgehen, damit ihr genügend Licht habt, denn ihr wollt ja grundsätzlich ein unsaubereres Bild erhalten. Diese Overlays findet ihr im Internet überall zum Downloaden und ihr werdet da ganz bestimmt fündig. Außerdem findet ihr alles, was ich euch in diesem Video erklärt habe, unten nochmal in der Videobeschreibung und da verlinke ich euch auch einen Link zu solchen Overlays. Und das war es auch schon mit meinen drei Tipps, wie ihr einfach und schnell Vintage-Aufnahmen erstellen könnt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es war für euch hilfreich. Hier findet ihr weitere Videos, die für euch nützlich sein könnten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, ciao! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020